Och Gott, jetzt kommt die Scheißstelle. So. Rüber da. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Scheiße, scheiße, scheiße. Hör auf zu lenken, hör auf zu lenken, hör auf zu lenken. Ja, ich, ich, ich bin gleich soweit. Nee, ich hab Angst, ja. Ich brauch dich an Schützchen, Mann, ich bin gleich tot. Ja, ich komme. Ja, Schein reicht. Wow. Fang nur jetzt nicht auch so an wie Len, äh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, das können wir erledigen, die Viecher da oben. Will wohl nicht so. Oh man. Wunderbar. Äh, Gott sei Dank Henry klettern. Das Vieh da oben machst du kalt, das Vieh machst du da oben kalt. Och, danke. Wey, doppeltot. Ah, hier haben wir Kuh, brauchen wir nicht. Hoppsa. Hm, Amy hat mir gerade erzählt, sie hat morgen frei. Ah. Na ganz toll. Ich hab morgen, obwohl, ich hab morgen auch frei. Ich hab morgen auch einen Freitag. Kannst du ja grad mal schreiben. Ja hab ich. Gut. Ich bin da ein bisschen schneller wie du. Ja, du hast deinen, ja du hast deinen Emulator im Fenstermodus und dich im Vollbildmodus. Oh nein. Oh nein. Ich hab grad irgendwas eingesogen. Du hast mir halbe Energie abgezogen. Das machst du. Wow. Lass dich. So. Klatsch. Komm, du musst vorgehen. Ein Fake Yoshi-Eye mit einem blauen Ding drin. Okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich will hier gar nicht weiter gehen, ey. Oh Gott. Luft, 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 Luft anhalten. Oh. Oh, rüber. Nein! Ah, es war so klar! Was machst du da für Moves? Ah, ich wollte da rüberspringen und dann... Ich hasse das Level. Ich hasse das Level. Vor allen Dingen mit Trick? Ist das schlimm. Autsch. Okay. Wie kommt's eigentlich, dass du morgen frei hast? Also Ferien oder was? Nee, hab mir Urlaub genommen, weil mein Auto morgen zum TÜV muss. So. Glücksfeld. Jo. Hoppala. Bam. Double. Kill. Gerade wollte ich Double-Kaos sagen. Double-Kill. Ja. Multi-Kill. Ultra-Kill. Obwohl... Monster-Kill. Ich kann das nicht so gut. Ich kann das irgendwie besser. So. Bomberang. Ach, dann nicht. Komm, du aber. Wie auch immer. Woher kennst du eigentlich diese Begriffe? Du spielst doch gar keine Eco-Shooter. Ähm. Hört man so teilweise zwischendurch. Auch durch Flash-Filme, die ich schon geguckt habe. Hm. Habe ich solche Dinger schon gehört. Wow. Deswegen. Auch wenn ich kein Ego-Shooter spiele. Einige Sprüche und sowas sind ja schon geläufig. Bäh. Woiiieiei. Der ist weg gerade. Hilfe. Dummer Yeti. So. Endlich. Wieder ein Kirby, der als Bomberang benutzt wird. Ups. Entschuldigung. Schlecht. Absicht und komm. Auch. Bestimmt irgendwann wieder vor. Boah. Ah, ich hatte diese... Ich hätte schon rein. Du weißt, du musst wieder vorlaufen. Hier kommen wir in diese Branto-Birds. Oder zu deutsch Ramse. Ramse? Nein. Nicht rein. Nicht rein. Nicht rein, Ubi. Die heißen mittlerweile in Deutsch wirklich Ramse. Hilfe. Rein da. Danke. Oh Gott. Langsam. Mit der Ruhe. Oh Gott, warum sind hier so viele Lücken? Wer hat sich das Level ausgedacht, ey? Gott. Keine Ahnung. TUI-Animation? Nee. Hull Laboratory. Oder wie heißt das Video? Hull Laboratory. Ach ja. Sowas. Hell. So. Gott. Ich hab Angst hier, ey. Boah. Mit richtig, diese Sprünge hier zu machen und so viele Lippen ist schrecklich. Oh. Ah was? Denk einfach, du bist Richter Balmer. Du musst dein Fire's Kiss durchspielen. Jo. Hab's ja auch gerade geschafft. Also. Ich glaube, der schlimmste Part, den diesen Level kommt noch. Oh Gott. Hau ab. So. Gut. Okay. Oh nein. Jetzt kommen noch mehr Lücken. War es nicht die Lücke, wo ich gestorben bin? Ne. Das war davor schon. So. Rüber, rüber, rüber. Okay. Okay. Nur die Ruhe bewahren. Immer locker bleiben. Immer locker bleiben. Ich bin locker. Oh Gott. Jetzt muss ich da hochklettern. Komm Rick. Ja. Ja. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Was machst du da? Tut mir leid, aber das musste ich genießen. Komm, mach den Weg frei. Ich kann da nichts machen. Mach diese Flasche da unten kaputt. Sonst kommen die da immer raus. Ja, voll. Mach die Flasche da kaputt. Hohoho. Musstest du dich zwar opfern, aber... Alter, was ist das für ne Kacke? Geile Sache, ey. So, jetzt aber springen. Komm schon, mach. Ich muss hier vorsichtiger sein als du. Oh Gott, hoffentlich ist das Level gleich vorbei. Bleib, 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 wo du bist. Okay, mach ich auch. Ach, Gui sei Dank. Ach du Scheiße. Nee, ne. Nein. Okay, das... Ah, Scheiße. Das sieht nach fiesen Sprüngen aus. Oh ja. Ah, es war so klar. Von wo starten wir eigentlich jetzt? Von unten? Von hier, warte mal. Aber ohne Rick. Ich will mal kurz gucken, wie weit das noch gegangen wäre. Ja, okay, wir wären fast am Ziel gewesen. Loll. Okay. Was wäre hier noch gekommen? Okay, das noch und dann wären wir auf jeden Fall da gewesen. Scheiße. Ja, soll ich vielleicht Rick nehmen? Ähm, wenn du Rick nimmst, dann könnte das vielleicht noch schlimmer enden als bei mir. Ja. Meinst du? Ja. Deswegen da... Bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, danke für mich. Echt? Echt? Du sagst ja selber, du machst keine Jump'n'Runs. Ne, es geht nur darum, du ziehst mich doch dann mit automatisch, wenn ich aus dem Bildschirm komme. Deswegen... Ach so. Nur weiß ich nicht, ob das mit Rick funktioniert. Probieren geht über Studien eigentlich. Aber wenn du in eine Grube fällst, dann ist das ein bisschen problematisch. Deswegen... Ne, lass mal tauschen, du darfst öfter sterben, also... Machen wir lieber so. Ist gesünder. Okay, und wir... Oh, wir haben nur noch das letzte Leben, dann ist wieder Game Over. Ist na geil. Yay. Oh Gott. Kann das nicht mal aufhören zu laggen? Ja, da wäre ich auch mal für. Slow motion. Ah, Bogenschütte. Okay, danke. Die Fähigkeit gibt es hier gar nicht. Hab ich, glaub ich, schon mal versucht. Ja. Boah. So. Ah, was? Okay. Ich dachte, den treffe ich. Den... Doch. Ich hab'n zerstört, tut mir leid. Komm vor. Dieses Arsch-Deng. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich mach' hier grad einen auf Risiko. Aber... Ich würd' dir empfehlen. Mir ist vorhin aufgefallen, dass wenn du stirbst und ich dich wiederhole, dadurch meine Energie drauf geht. Also... Gib dir lieber nicht so oft zu sterben. Ja, das... Das hätt' ich dir schon früher sagen können. Das wusste ich nämlich noch. Ach Gott. Aber... Naja. Ja, ich weiß, ich bin ein Arschloch. Ah, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.